Kapitel 3 Was denn jetzt? Soll ich jetzt ins Telefon gehen oder soll ich es ignorieren? Ja? Hi, das ist Charlotte. Ich glaube, ich habe dich wieder geholfen. Oh, hallo. Nein, nein, ich habe einfach... Ich habe die Nachrichten in den letzten Sektionen geschrieben. Und ich war gerade um zu gehen, um zu arbeiten. Ich weiß immer, wann zu kommen. Ja, definitiv. Was ist das? Wie geht's dir? Ich bin gut, danke. Was für dich? Okay, nichts new. Ich habe ein paar Tage aus. Oh, das ist toll. Dann... Du hast einen Moment, um zu suchen etwas für mich? Something für dich? Well, um... The photo... The photo I asked you for? Es ist noch nie gekommen? Sorry, aber ich sagte es ein Wochenende. Nein, noch nicht. Vielleicht bin ich zu impatient. Vielleicht bin ich zu empatient. Sorry für dich zu retten. Du hast so viel auf deinem Kopf. Ich dachte... Vielleicht hast du vergessen. Es ist okay. No worries. Mit meinen Pils... 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 Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ja. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ja. Ja, sicher. Ich habe es vergessen. 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 Oh, wirklich? Könntest du? Das... Es wäre toll, wenn du es möglich wäre. Wirklich? Mhm. Ja. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Ich habe es noch nicht mehr. Danke. Tschüss. Tschüss. Wäre auch mal eine Option. Andererseits denke ich, wenn die schon fragt, dass man das rüberschickt, dass das doch ein bisschen weiter weg ist. Dann bringe ich ihn jetzt den Müll runter. Hallo? Achso. Da hinten den. Wieso darf ich die anderen Säcke nicht runterbringen? Ech. Warum ist es so weh? Ich sollte nicht so wehren sein. Also. Nach dem Desaster vom letzten Mal, möchte ich das jetzt noch mal probieren. Wir sind anscheinend im vierten... Moment. Äh, doch. Hier. Wir sind anscheinend im vierten Stock, aber ich habe doch F gedrückt. Das ist doch der unterste... Also, Erdgeschoss. Ich will jetzt wissen, ob ich jetzt wieder nach oben auskomme. ... ... Hallo? Äh... Alles in Ordnung hier? Okay, ich gehe dann mal. Äh, ich dachte, ich soll den da reinwerfen. Hallo? Ah. Äh, okay. Und ich laufe natürlich dann automatisch in die falsche Richtung. Das war ja so klar. Wie das nicht alles passiert? Ich frage mich nur immer wieder, wie lange braucht der bis zur Arbeit? Ich meine, es ist jetzt schon, äh, ja. Später im Abend? Wie, ich bin's nur, Jack. Hä? Ja, das kommt drauf an. Ich meine, ich höre ja hier die ganze Zeit schon irgendwelche komischen Geräusche. Also, entweder ist die Leiche etwas übergewichtig. Hey, Mr. Ridley, I need help. I can't let this bag myself. Oder ich hab jetzt wieder eine Halluzination oder sowas. Hallo, Mr. Ridley? Kommen Sie mal vorbei hier. Na gut. Aber Hilfe haben wir trotzdem keine bekommen, so wie es aussieht. Also, keine Kamera heute. Na gut, dann ein Diktiergerät. Können wir? Ich wollte mir nämlich noch kurz das Foto angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das mal angeguckt hatten. Aber ich glaub schon, ne? Jetzt komm ich hier nicht mal raus. Okay, ähm, äh, Unterlagen, genau. James Evans Jr., also known as Jesse. Age about 30, weight 130 kg, height 180 cm. Evans had previously been convicted of possession of stolen goods, robberies, and drug trafficking. There were also attempts to accuse him of leading a criminal group responsible for burglaries in the New Orleans area. Huh, what? Burklaries in the New Orleans area. This is... It's a rather strange coincidence. Mm-hmm. Police photos show that the body was not even particularly hidden, but only covered with a thin layer of soil, branches, and leaves. The body was found naked and mutilated. The body was found inadvertently in the woods near Pete'sville. The dogs picked up the scent while searching for a missing boy. Hm. Das ist ja ein toller Zufall. The deceased's father, James Evans Sr., is a local businessman. He was the one who reported the disappearance. At the time of the report, his son hadn't been home for three days. Okay. Was stand da gerade, inspiziere das Bonus, äh, Zubehör, keine Ahnung, von der Polizei? Ich hab's jetzt gar nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet eben. Ich hoffe, die meinten das, was wir... Oh, fuck. I didn't expect this level of mutilation. This is going to be a dirty job. I'll check through the bag the police left. Die Errungenschaft. Fehlt etwas? Öffne den Sack mit der kopflosen Leiche. Äh, lege den Inhalt des Sacks auf den Tisch. Oh, auffälliges großes Tattoo, okay. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Bis auf die Knochen. Füße komplett schwarz. Moment, lege... Äh, 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 hä? Wie soll ich den Inhalt des Sacks auf den... Hallo? Auf welchen Tisch? Achso, hier. Und welcher Sack wollte ich gerade noch sagen? Hätten ja auch direkt sagen können, dass die die Klamotten meinten, die da in der Nähe gefunden worden sind. Ist das was? Das ist ein Gürtel. Ein blutiger Gürtel. Oder was meinst du? Es tut mir leid. Ich hab nicht gewusst, dass der dann seinen Satz abbrechen würde. Das kann man jetzt nicht mehr angucken hier, oder? Doch. Aber er sagt nichts mehr dazu. Na, super. Na gut. Oder war er an der Cover? Man weiß es nicht. Okay, anscheinend kennen wir das Feuerzeug. Woher, weiß ich nicht. Dazu möchte er sich gerade noch nicht äußern. Äh, ist da noch irgendetwas? Was ist das denn? Also ein anderes Tier. Ja. Also ein anderes Tier. Äh, ist da noch nicht äußern. Ja. Okay, ich werde mal schauen. Sie sehen, die scales. Sie sahen sich nicht anders. Dorothy hat einmal eine Animal Encyclopädie hier gebracht. Sie machte eine Autopsy an einen Exotic Animal Smuggler. Der Mann hatte einen accidente, während er transportiert illegalen Tiere. Nicht nur die Polizei hatte, aber es dauerte nur eine Stunde, um ihn zu holen. Dorothy hatte ein hartes Mal mit dem Fall. Die IMPACT hatte ihn? Oder hat er eine der Tiere transportiert ihn? Sie haben sogar über die News gesprochen. Die Leute waren erschrocken, dass ein Reptile einfach aus der Küche sie holen und sie sie holen. Okay, das Buch. Okay, forensische Analyse. Geh ins Labor und vergleiche die Schuppen mit den Beispielen im Atlas. Achso, jetzt nimmt das mit. Na, Jumpscare? Jumpscare? Ich guck schon extra immer in den Augenwinkeln nach, ob sich da irgendwas tut, aber... Achso, ins Labor. Moment, ich bin falsch. Ach. Und ich darf ja nicht laufen. Hallo? Wer ist was? Hallo? Also gut, es hat glaube ich von rechts geklopft. Das Problem ist, dass der so mit dem Bild wieder reingegangen ist und ich nichts gesehen habe. Also... Ja. Das mit den Jumpscares müssen wir... Oder mit den Schrecken, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Ah, wir sind nicht für kleine Papis. Ähm... Soll ich das Licht... Kann ich gar nicht an- oder ausschalten. Okay. Gut. Ähm... Wie machen wir das jetzt? Geh ins Labor, vergleiche hier die Schuppen mit dem Beispielen im Atlas. Ah. Äh, muss ich hier... Achso, da unten Seite wechseln? Das könnte das sein, oder? Aber was ist das? Stimmt. Ja, und das nicht zu knapp. Ach... Christ. Warum bin ich so leid? Ein Kaffee wäre schön. Ach... Was soll ich... Ach... Die Bilder. Ich werde sie an Dorothy zeigen. Kaffee. Too bad that we no longer keep our ranking. What's something like that? Haha. I would come out on top. I asked me a case like this for a long, long time. Kaffee? Hatte ich nicht irgendwo eine Kaffeemaschine gesehen? Aber das mit dem... Oh, wir haben schon wieder... Fünf vor zehn. Ähm... Aber das mit dem... Mit dem... Müde sein, das frage ich mich in letzter Zeit auch immer wieder. Ach nee, ich hatte nur die Kaffeetasse, glaube ich, hier gesehen, oder? Dann hat der hier von einem Kaffee gesprochen. Wird mich jetzt aber mal interessieren. Moment, hier ist die Küche. Kaffee. Aber wir können keinen machen, oder? Mit der nicht so müde ist hier. Was ist das denn? Klorreiniger oder was? Äh... Ja, anscheinend können wir keinen machen. Schade, schade. Ich hätte gern welchen gemacht. Ich habe mir auch extra schon welchen gemacht, weil ich bin auch entsprechend müde. Aber das liegt daran, dass ich ständig Überstunden abends im Moment schiebe. So, erstmal die Kamera. Polaroid-Kamera, um genau zu sein. Wobei ich noch nie gehört habe, dass man bei irgendeiner Autopsie Polaroid-Kameras nimmt. Bin ich ganz ehrlich? Äh, wie war das mit F? Also, kann ich mich so mitbewegen? Naja, wenn ein Tier ihn angegriffen hat, könnte das schon zu Lebzeiten gewesen sein. Och, ist das wieder zu... Ne, es ist zu weit weg für ihn, oder? Ah, jetzt. Das sind schon... ...krasse Wunden, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die haben ihn auch, ähm... Ne? Es sieht so... Oh... Den Kopf nicht, doch. Falscher Winkel nur, okay. Ja. Wäre mir nicht aufgefallen, dass der keinen Kopf hat. So. Mit den Füßen, das will er nicht haben. Na gut, das ist keine Wunde im eigentlichen Sinne, ne? Ich wollte gerade sagen, das stammt jetzt aber nicht vom Tier. Oh, das sieht mir aber eher nach einer Bisswunde aus. Das ist heftig. Dann haben wir hier nochmal was. Das will er aber anscheinend nicht haben. Da oben das will er haben. Ja. Und was möchtest du noch haben? Achso, da komme ich nicht durch. Ich meine, da sind viele Wunden dran. Inklusive der nicht vorhandenen Sachen. Ist das die Brustwarze? Oh Gott, sieht das aus. Ja, aber wo ist jetzt das Letzte? Hm. Ich meine, die anderen Sachen waren jetzt offen... Ah. An den Füßen war er auch festgebunden. Okay, okay. Ich hab mal gedacht... Oh, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Der sagt bei jedem Bild was, oder? Oh shit! Das hab ich... Dann hab ich das immer über... Nimm das Foto der Bisswunde. Achso. Welcher, wo der zugebissen hat? Wahrscheinlich, ne? Ja. Kann man damit ein Faxgerät vergrößern? Ja, also wir haben zu unserem Zeitpunkt, äh, zu unseren Lebzeiten immer einen Kopierer dafür gehabt. Damit konnten wir Dinge vergrößern. Achso, können wir noch nicht rausnehmen. Ah, fantastisch. Praktisch ein 1 zu 1. Einfach ein Tracierpapier, ein Pencil, und ich kann diese in der Encyclopedia checken. Ja, Papier und Stift haben wir ja. Achso, aus meinem Büro. Reiß dich zusammen, Junge. Ich bin auch sehr, sehr müde. Und ich hab heute noch Migräne. Trotzdem werd ich hier meinen Job weitermachen. So. Da haben wir auf jeden Fall nichts, was wir gebrauchen können. Da auch nicht. Das nimmt der nicht an. Das muss ja... Ach, nee. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich das vorher hätte da, äh, hinlegen müssen. Und dass der mir dann erst die Möglichkeit gibt, was rauszuholen? Nee. Wo hab ich denn grad... Im letzten hab ich was gesehen. Aber das war kein Pauspapier hier. Da sind nur Stifte drin. Ach, da hinten, Moment. Und... Okay. Wo haben wir das denn? Okay. Ich dachte gerade, da hinten starb mich was an. Da war das eine Vase. Ich nutze... Ja, müssen wir das... Doch, nehmen wir dann mit, ne? So, das lassen wir jetzt liegen. Na gut. Ähm... Wo hab ich das denn jetzt eben gehabt? Moment. Äh, im Labor, ne? Wartezimmer. Labor. Ja, und jetzt? Ah. Ah! 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 Ähm, das ist aber, wenn ich das richtig sehe, ein... Ach so, im Moment, da oben ist ein Schildkröte. Ja, gut, okay. Ich wollte gerade sagen, weil die Viecher, also nicht die Schildkröten, sind schon ein bisschen aggressiver. Ich weiß nicht, aber die sah jetzt auch nicht so, benutze den Atlas um die... ...bis immer noch, oder muss ich ja rausgehen? Ach so. Hm? Wie, kein Grund zur Überprüfung. Untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe. Das ist nämlich das, was ich eben meinte, weil wenn das jetzt ein, ähm... Ja gut, die können natürlich auch mehrfach oder irgendwas Stumpfes genommen haben oder so, ne? Aber theoretischerweise könnte es auch ein Tier sein. Andererseits, da müssten ja normalerweise auch Bisswunden vorhanden sein, nehme ich mal an. Several stab wounds of varying depth and circumference. Mississippi Alligator. Hm. Es ist strange, dass ein Alligator so ein clear und smooth marken würde. Hm. The imprints are quite deep and even. From the looks of it, I'd say Evans was restrained with his own belt. The result of an animal tearing at its body. Eaten skin, soft tissues and chandals. There are even some teeth marks, but... Well, it doesn't look like an Alligator. The bite is firmly incorporated into the wound. A photo alone won't help me here. I need to make a cast and compare it. Eine Abformung. Sowas wie ein Abdruck. Looks like an uneven bite. It's worth taking a closer look at this. Maybe there will be some remaining teeth marks. Evans right side must have been more attractive to the crocs and insects. Okay. Jetzt haben wir allerdings... Noch das Problem. Wo ist die letzte Stelle? Das hat er doch jetzt... nur als eine Stelle genommen. Ich hab hier nichts mehr eingekreißt. Ach, doch da. Ja. Labor-Silikon-Dier-Pistole. Äh. Wenn ich wüsste, wie das Ding aussieht, wäre es einfacher. Ah, das sieht gut aus. Ist das schlimm? Also wenn das abgelaufen ist, meine ich, ist das schlimm. Ich hab echt keine Ahnung davon. Weil das hab ich noch nie gehört mit, äh... Also Abdruck vom Bisswunden, ja klar. Aber was er da jetzt genau macht... Es ist aber doch noch flüssig. Nehmen wir die entsprechenden Werkzeuge aus dem Koffer, um einen Abdruck der Bisswunde zu machen. Okay, daraus anscheinend nicht. Hm. Ich glaube, ich habe vergessen, das Koffer zu verziehen. Brush, Ink und Papier. Similar to taking fingerprints. Mit dem Tablet mit dem Abdruck drauf. Wo ist denn das Tablet? Bin ich doof? Das hab ich doch schon mal benutzt, oder? Ah, hier. Ne. Dem Tablett? Ach Gott. Ach. Ne, ich muss die wieder gedrückt halten, ne? Benutze das Faxgerät, um die Bisswunden eins zu können. Okay. Fällt das jetzt runter? Ich durfte das ja nicht wegnehmen. Hallo? Achso, ein PC. Ähm, okay. Ja, welche Vergleichsstelle? Das wären dann die? Das würde nicht passen. Die könnten passen. Okay. Stimmt aber doch jetzt überein. Stand da drin. Achso, jetzt kommen die anderen Zähne. Ah, okay. Okay. Keine Übereinstimmung. Okay. Ja, das ist es auch nicht. Ja, das ist es aber auch nicht. Boah, wird der jetzt immer müder, oder was? Das sieht doch ziemlich gut aus hier. Ich verstehe das nicht. Ja, aber was bringt mir das? Kann ich auch die auswählen hier? Ne, ne? Ah, komm, das passt doch perfekt. Jetzt kann ich nur nichts mehr sehen hier. Warte mal. Die sind anders. Das könnte es sein. Das ist alles so verschwommen hier. Ne, das ist es nicht. Hatte ich die jetzt eben schon probiert? Das sind die doch. Oh, das ist es nicht mehr so verschwommen. Es wird wahrscheinlich take a while. Ah, finally. was the partial impression I have may match several people okay this one is in prison so he's out another in prison oh here's someone with quite interesting tendencies oh he's dead it doesn't fit this one doesn't either I'm afraid this will remain a mystery the killer's profile is getting more and more interesting also ich kann's nicht ganz lesen weil das hier total verschwommen ist aber hier unten steht was mit verurteilt wegen Leichenschändung ich kann nicht sehen ob's der gleiche Name ist ich denke nicht weil da glaube ich WN am Ende steht und dann der erste verurteilt wegen Drogenverkaufs und der dritte verurteilt wegen kannibalistischer Morde glaube ich oh ich muss hier raus das tut so weh auf den Augen ähm ich kann mich gerade nicht bewegen doch ja ich hätte die ja geholt vorher jetzt kommt ein Jumpscare die waren im Badezimmer ne kein Jumpscare hallo keine Leiche die aufsteht oder so ok klemmenbrett einmal so oh Gott wo waren die ganzen wohnen also der Kopf kann auf jeden Fall ähm ist das jetzt hier der Kopf gewesen ja ein Taubdop aber die anderen Sachen müssen wir auch noch anklicken ne die Abdomen die Abdomen und genital are supplied with plenty of blood if the penis was bitten off while he was alive Evans could have bled to death the perfect breeding ground for larvae fortunately the deceased doesn't care about it just like we do now I need to verify how deep these wounds go if they punctured the organs hemorrhaging could have occurred alligators rarely kill humans due to the body fat of the deceased I'm adding a heart attack to the list maybe Evans didn't live long enough to experience what happened to him er hat doch gerade gesagt Alligatoren töten Menschen normalerweise nicht und dass der einen Herzinfarkt hinzufügen würde und dann hat er jetzt ersticken mit Blut hingeschrieben wobei ich jetzt nicht verstehe warum man nicht diesen normalen Y-Schnitt macht sieh mit einer freien hand so okay wähle die Astschere roh um correct high levels of internal fat organ size above average due to obesity Ich gehe auf die Lung-Analysis. Die Geist haben die Zigaretten gebrannt. Aber mehr importantly, Sie können sehen, dass die Lungs haben sicherlich suffered. Und das ist der Kulprin. Well, es war nicht so, dass die Hände so tief waren. Such anhandel könnte es durch die Hände mit einem Blut-Objekt oder eine Pünktur direkt an den Organ. Sie sehen, dass sie unterschiedlich sind. Die Klinik-Section ist nicht so, dass es nicht so ist. Okay. Wo waren jetzt hier? To the lungs, there is a trace of puncture with a sharp object. In pneumothorax, the heart rate increases. In the event of such a wound, this would mean bleeding out faster and more. In turn, a sudden increase in the amount of fluid in the pericardial cavity could lead to cardiac tamponade, which is also a life-threatening condition. Ist das normal? Hier ist wahrscheinlich, wo die Adern wahrscheinlich nicht, aber die Gefäße reinkommen, ne? Hallo? I wonder if I'll find anything on the liver. The organ is fatty and enlarged. The beginning of cirrhosis are obvious. Hmm. Well, that's it. Ugh, it looks like a head. Okay, you can click here. So, I proceed to carefully remove the stomach. Like most other organs, it is fatty and clearly enlarged. Not to mention swollen. Partially due to gases, but mainly due to the deceased's lifestyle. I take the organ to the cutting board. The outside is intact. I'm going to check the contents. Na gut. Aber jetzt müssen wir wieder... Oh, ich hab's gewusst. Oh Gott, wo sind wir denn da? Und dann auch noch grad wieder das lange. Das war ja klar. Ja. Okay, gleich haben wir's. Oh. Ich bin am Ende. Also vor meinem Brett hier. Ja. Ja. Hm, okay. Eieieiei... Klumpen von unverdauertem Blut. Wahrscheinlichkeit, in den oberen Magen Darmdreck geflossen sind. Ja. Natürlich, was auch sonst, aber die sieht wirklich noch sehr intakt aus. Hallo, ich bin ein Alien, ein kleiner Alien. Okay, ich finde das nur irgendwie lustig, wenn die Dinger dann so ein bisschen gummimäßig da so rum... Das sieht er jetzt hier dran, weil für mich ist das kein Blut. Aber okay. Okay. Mach das. Solange ich das nicht zusammenfassen muss, ist alles gut. Nein, was war denn? So. Ja. Also die Enttaubtung ist aber der eigentliche Grund. Nee. Ja, was... Ach nee, ersticken mit Blut war das, ne? Das haben wir jetzt nachgewiesen. Die Frage ist, woran ist er jetzt gestorben? Einmal sticken oder an der Enttaubtung selber? Ja. Es gibt viele Angst in der Körper, die mögliche Schmerz zu haben. Es war die Decapitation, die zu Ende des Lebens. Die Schmerz und die Schmerz wurden nach dem Schmerz. Also, es gibt keinen Grund für die Schmerz als die Schmerz. Die Schmerz zu den Lungen und der Hörbüren mussten leden zu schweren Schmerz. Also, es gibt keine Angst, dass Evans in die Blöden schmerz. Aber es hat nicht lange dauert. Das ist das, was ich mit der kleine Blöden in der Hörbüren und Trache. Ich habe nie gedacht, dass ich jemanden hatte einen Schmerz. Tja. Aber das meinte ich nämlich. Also, ich habe es nämlich so verstanden, dass er quasi vorher schon erstickt ist und dann mehr oder weniger gleichzeitig oder kurz danach dann enthauptet wurde. Muss ich da noch draufklicken, damit er das annimmt? Nee, ne? Muss ich nur unterschreiben. Äh, entscheide über die richtige Todesart. Habe ich doch. Ach so, hier unten. Nee. Muss ich da unten draufklicken? Der Verstorbene starb in den Folgen einer Enthauptung. Das, was er gerade gesagt hat. Also, ähm... Ja, Mord... Gut, Mord ist es ja eigentlich so oder so, ne? Mord und einmal Unterschrift. Ich hab... Oh. So. Ich hab keine Ahnung, wie ich heiße, aber... So. Arztunterschrift. Oh, well. Ugh. I need to stitch this poor guy back up. Ah, it's really bothering me. Something's not right here. Because, even now, the organs are relatively clean. I mean, the skin around wounds also... It's like... Hm... Someone... Pumped it out? Oh, Christ. I don't know. It's kinda weird. I'll leave these questions for the police to solve. Okay. Kühlschrank. Muss ich den vorher öffnen? Nee, ne? I get to head home. Pfff. Ah. It's a fucked up thing. I'll hold off taking long walks in the forest for the near future. I have a feeling that it won't end with just one body. Geh zu deinem Auto. Ich hoffe, dass ihr jetzt diesen Krach draußen nicht hört. Ich bin aber froh, dass hier die Folge jetzt zu Ende ist. Dann werde ich nämlich warten mit dem weiter aufnehmen, bis der Krach draußen vorbei ist. Ich glaube, hier wird gerade Sperrmüll abgeholt. Deswegen... Ich hoffe, ihr kriegt da nicht so viel von mit. Tschüss, äh... Mr. Ridley. I think it's the first time in a long time that I finished work at a decent hour. I'll get home. Oh, come on. Fuck! When did I get a flat tire? What the fuck? Oh, come on. This is impossible. What's this supposed to mean? What is this happening? Oh, someone is messing with me again. Oh. Oh, fuck. I'm going to Ridley's. Maybe he saw something. Nicht anfassen. Du musst dir vorher was holen. Ich kann's auch gar nicht mehr aufnehmen. Hm. Okay, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Aber wenn's wirklich Sperrmüll war, die sind jetzt vorbeigefahren, so wie es sich anhört. So, Mr. Ridley, waren Sie das? You know what happened to my car? Oh. What happened to your car? All the tires are fucking flat. Well, it happens. Don't you have a spare in the trunk? Spare ones in the trunk? No one carries four fucking extra tires. In the trunk! Jesus, hand me, calm down. I'll call you a taxi. Calm down? That's a bit of an exaggeration, don't you think? Have you seen anyone around here? Someone strange? Suspicious? Except you, no. Haha, funny. I don't find all these jokes amusing, you know. What jokes? I mean, what's wrong with you? It's just tires. Such things are not a coincidence. What's wrong with me? Things keep happening. Last week, and now this? Just go wait for the taxi, okay? Fresh air would do you good. Neither you nor I will do anything about it now. Neither you nor I will do anything? What have you been doing all day? Surely something like this can't just be overlooked. Maybe you should go outside and cool down. I'm calling the taxi. Cool down. Also, das mit dem Beruhigen, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Aber ob der jetzt nach draußen gehen soll? I just... I just want to sleep.